Perfekter Allrounder, der ECO-Neo 3. Dieser Deckenventilator passt nahezu in jeden Raum. Sein neutrales und dennoch ansprechendes Design macht ihn zum zurückhaltenden Klima-Tool für moderne Inneneinrichtungen. Mit 132 cm Flügeldurchmesser und Wendeflügeln in Dualoptik kann der ECO-Neo 3 Räume bis 25 m² problemlos belüften. Seine kleinen und großen Varianten ECO-Neo 3 103, 152 und 180 sind passend für Räume von 13 bis 35 m². Der ECO-Neo 3 ist auch mit einem Durchmesser von 92 cm erhältlich und kann in der Größe auch Räume bis 9 m² belüften. Der 6-stufige Energiesparmotor verbraucht bis zu 65% weniger Strom als herkömmliche Wechselstromdeckenventilatoren und bietet dabei angenehme Laufruhe in sechs wohldosierten Geschwindigkeitsstufen. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung erlaubt die Steuerung von Drehgeschwindigkeit und Laufrichtung. Weiterhin ist die Funktion eines Abschalttimers integriert, die den Ventilator nach eingestellter Zeit ausschaltet. Wer sich für eine der LED-Anbauleuchten entscheidet, kann über die Fernbedienung unabhängig vom Betriebszustand des Ventilators diesen schalten und dimmen. Damit ist der ECO-Neo 3 der perfekte Allrounder für jeden Raum.